Fange ich mal an, ich werfe meinen ersten hier. Ersten Becher. Wow, okay, man muss viel mehr machen, als ich dachte. Man muss viel mehr machen, als ich dachte. Ja! Krass. Glaub ich. Oh wow, Paul. Gutes Ding. Achso, ich bin nochmal dran. Ist das so? Nee, nee, stimmt nicht. Erst Flo, sorry. Ich halte erst mal an meinen Tisch. Es ist nicht nur mit Absicht gewesen, ich hab dich einfach nur vergessen. Hey, Dude. Oh, f***, viel doller. Jetzt bist du nochmal dran. Jetzt bin ich nochmal dran. Das ist ja ultra beschissen. Ja, der, der anfängt, hat sogar... Naja. Au! Olli ist raus. Und tatsächlich, das hab ich nicht dazu gesagt, den Fall haben wir jetzt. Wenn ein Becher nicht steht, ist das kein Problem. Ah, okay. Der ist trotzdem noch im Spiel, auch wenn er liegt. Ja, aber ich bin trotzdem schon raus. Nee, bist du nicht. Nee, bist du nicht. Oh! Okay, okay, ah! Das sind jeweils minus fünf für euch, ne? Wieso minus? Du hast dich doch dagegen entschieden. Hä? Ja, alles gut. Nee, nee, Olli wollte jetzt wieder eine Regel schnell nochmal implementen. Du kennst doch. Spiele mit Olli. Ja, die Regeln ändern sich ständig on the fly. Ja. Ich wollte dich eigentlich nur aufgreifen und nicht übergeben. Pass auf, mein Problem ist jetzt, dass ich gerade feststelle, der, der als letztes wirft, hat auch den größten Nachteil. Ja, und den größten Vorteil. Nee. Du kannst jetzt alles noch entscheiden. Ey, wenn die Lücke hier zum Beispiel... Stimmt. Warte, ich mach das. Ich entscheide das jetzt für mich. Kriegst du da Spin rein? Wie viel Effet kannst du dem Ball mitgeben? Nee, er kann auch uns beide raushauen. Danke. Ich hab den Punkt gegeben. Danke. Danke schön. Fünf Punkte hast du ihm gegeben. Geil, okay. Alles klar. Dann, äh, ist damit die erste Runde vorbei. Wir haben gesehen. Floßböcher, wo ist mein anderer grüner? Mit ich Mittelfeld, oder was? Da fehlt mir ein grüner Becher. Ja, oder nicht? Wo? Ich bin weg im Bubenstammel mit meinem Becher, Oliver. Wo ist er hin? Guck mal, hinter den Fernseher. Ja. Ist er bis dahin gerollt? Komm auf. Doch, sag ich da. Tatsächlich. Wow. Dankeschön. Okay, dann einmal aufs Brett. Fünf Punkte für Flo. Wie? Na fünf. Schreibst du fünf? Eine große Fünf aufs ganze Feld. Fünf. Wir können einmal die Punkte hinschreiben. Wir müssen weg. Okay, Freunde. Geht weiter. Geht weiter. Wollen wir jetzt nicht einfach rotieren? Dann rotieren wir. Alles klar, dann rotieren. Heißt, jetzt fängt... Ich fang an. Genau. Du bist Zweiter, Olli Dritter. Exakt. Okay, der war zu doll. Wow, krass drüber. Krass drüber. Okay, okay, okay. Dann wär ich jetzt Zweiter oder Dritter? Aber er war sehr gerade. Äh, ich bin jetzt Zweiter. Alles klar. Ich gerade Dritter war und du erhst er. Stark? Kack, Alter. Nee, 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 nee. Der war voll scheiße. Er war gut. Kacke, ja. Olli, die sind Sonderpädagoge. Das ist stark. Oh Gott. Du bist nochmal. Ach, ich bin jetzt zweimal hintereinander. Hau den raus. Nee, ich bin nicht zweimal hintereinander. Das war deine Erklärung. Du warst jetzt Dritter und jetzt bist du Erster. Das war exakt das, wie wir erste Runde gespielt haben und wie du es erklärt hast. Eins, zwei, drei. Drei, zwei, eins. Ja, stimmt. Ihr habt völlig recht. Dann kann ich hier nochmal verdichten. Nee, du kannst den Grünen raushauen. Vernichten, meinste. Nur mal einen abseilen. Warum nehmt ihr keine richtigen Gläser? Weil die kaputt gehen würden. Du. Fuck. Oh. Ich hab ihn nicht rausgekriegt. Ah, ja. Aber ist trotzdem nah dran. Ja, aber nah dran bringt ja nichts. Oh fuck. Wie scheiße war der denn? Okay, Olli. Fünf. Waren das schon beide? Ja. Scheiße. Fünf Punkte für mich. Geil. Also es steht fünf, fünf, null. Null. Ich bin die Null. Danke. Jetzt bist du Erster. Naomi is first. Olli Zweiter, ich Letzter. So ne Kacke. Ich hab gar kein Feeling dafür, wo der hingeht. Ich auch nicht. Olli hat doch schon wieder geübt. Warte mal, warte mal. Ich helf mal ganz kurz hier, weil die sind ja markiert. Können wir noch ein bisschen besser durch. Ja, das ist wichtig jetzt gewesen. Danke. Der Hans Wurst. Okay. Freunde. Liebe Regie, vielleicht könnt ihr eine Abstimmung auf Twitch machen. Wer gewinnt? Wer wird's hier gewinnen? Paul, wo sind deine Schuhe her? Digga. People wanna know. Äh. Äh. Panama Jack. Made in Spain. Paul wieder. Kurzer Spanien gesettet hier für Schuhe. Laufen. Ich war in Spanien. Ne, ne. Panama Jack zieht die sich an und läuft die ein. Der läuft von Spanien nach Deutschland. Bringt die dir. Sind die eingelaufen. Okay. Das geht halt. Oh, Stein! Aber das Feeling muss beibehalten werden. Nee, gar nicht. Fast. Okay. Äh, ich bin nicht Erster gewesen. Ich bin Zweiter gerade gewesen. Ja. Deswegen bin ich jetzt... Deine Mutter, Oliver. Deine Mom. Es hat viel schlechter geklappt, als ich wollte. Neiße Dame auch. Gut. Alles klar. Das ist... Einfach fünf. Fünf Punkte für Flo. Ach so, nochmal jetzt. Ach stimmt, weil nächster reicht ja. Ja. Ah. Die können wir noch ein bisschen schärfer machen. Dann... Dann muss ich wieder, ne? Boah! Ja. Ne, ich hab angefangen in der ersten Runde. Wir haben jetzt drei Runden gespielt, also müsste ich wieder anfangen. Das stimmt. Ich bin Mittelmaß. Nein, Paul. Guck mal, wie ich keine Votes bekomme, weil ihr schon Punkte habt. Ja. Also wir unterschätzen nicht. Leute, es geht eine Stunde. Hast du keine Kanalwette gemacht? Ich hab das nicht gemacht. Wir brauchen eine Kanalwette, keine Abstimmung, Freunde. Ja, wir haben aber Abstimmung gesagt. Lösch den Scheiß. Lösch den Scheiß, mach Kanalwette. Wir machen Kanalwette draus. Wir wollen hier richtig tippico. Abstimmung melden. Können wir Echtgeld-Kanalwette machen? Nee. Du hast ein bisschen zu doll gegrinst bei dem tippico-Joke. Thomas, sollten wir mal reden? Nee. Nee. Aber trotzdem danke dir. Ich glaube dir was? Stimmt, ein kleiner Tipp, WhatsApp-Gruppe, Alter. Ja, glaube ich auch. Ich warte fairerweise auch, bis das da ist, oder? Jaja. Ist ja sonst Spielmanipulation. Oder? Kann ich auf mich selber wetten? Oder ist es fies? Ist ein fieser Sound. Ja, ist wirklich unangenehm auch. Wo ist mein Gatorade? Er steht hinten auf dem Tisch. Kanalwetten kann er nur eins oder zwei. Nein, das stimmt nicht. Kann man nicht alle drei Worten. Du kannst mehrere machen. Nein, nein, du kannst mehrere. Ja, das geht mittlerweile. Okay, ich muss mir mal überlegen. Warum klebt denn der Gatorade schon? Keine Ahnung. Jetzt musst du den Gatorade fragen. Weil er es kann. Guck mal, wir sind gut dabei bei Level 9, ne? Fehlt nicht mehr. Zu viel. Crazy, Leute. Vielen Dank schon mal bis hierhin für 1549 Subs. Denkt dran, bei einer 100er Bombe fangen wir an zu tanzen. Denkt dran, ist wichtig für euer Leben. Kanalwette ist da. Vielen Dank. Okay, JP geht all in auf mich. Bist du dir sicher? Ja, los. Geht los. Die Wette ist da. Freunde, ihr könnt jetzt abstimmen. Ich fang an. Dritte Runde. Ah, ist der runtergeslidet. Ah, hat der mir wehgetan. Oh, er war stark. Ah, okay, okay. Keinen bis jetzt gesehen, der so gerade war. Oh, stark. Oh, das ist fast ein 10er. Das ist fast ein 10er. Aber den haut Paul dir einfach weg jetzt. Nee. Okay, jeweils fünf Punkte. Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Damit bist du wieder, Flo. Hä? Ich war der Erste, ich bin der Letzte. Stimmt. Oh Gott. Hä, den kannst du dir nur noch sichern, Digga. Der muss vorne absichern, dass dann hinten der Blaue nicht weggebummst wird. Er will Spin reinbringen. Er macht das Unmögliche. Das geht nicht. Nein, save nicht. Was soll das bringen? Aber warte mal. Wäre das verboten? Äh, nee, du musst schon so abwerfen. Wenn da umfällt, ist jeder noch, aber... Nein! Fuck! Das ist ja... Jetzt muss ich aber näher rankommen, als deiner liegt. Das hätte fast geklappt. Aber es war gut. Du musst einfach nur näher rankommen. Was bist du für ein Arsch? Ja, scheiße. Der ist safe. Ja, ja, der ist näher dran. Nice. Vielen Dank, Flo. Hey, komm, Alter. Mal ein bisschen auf Risiko. Ja, ja. Das hätte fast geklappt. In der ersten Runde... Ja, das finde ich gut. Ja, geschenkt. Man merkt vielleicht auch, unser roter Punkt ist nicht ganz kratzfest. Das macht aber nichts, dafür ist der Tisch danach noch weiß. Mann, wieso? Oh! Weil du zu stark bist. Bist du Zweiter oder bin ich Zweiter? Ich bin Zweiter. Du bist Letzter. Oder? Ne, Moment. Ne, stimmt. Du bist Zweiter. Du bist Zweiter. Ja, ja. Ich hab angefangen. Alter, der ist ja einfach ohne Gnade so... Ich hab auch das Gefühl, manchmal rutschen die besser. Machen wir den sauber gerade oder so? Nein. Nein. So, ich war die drei. Bin ich nochmal? Ja, exakt. Das stimmt. Du, du, ich. Letzter, ja. Oh, das war zu doll. Okay, alles klar. Hä? Wie kann man denn so gar kein Feeling dafür haben? Ist nicht so leicht, wie es aussieht, ne? Nee. Flo? Wir werfen schon von der vorderen Kante ab, nicht von der Seite. Deswegen wär dein Ellenbogen drüber gewesen, aber... Ach ja, okay. Just saying. Okay, okay. Wenn wir jetzt so anfangen, okay. Just saying. Alles klar, Oliver. Alles klar. Das waren fünf Punkte für Flo. Ja. Ich wollt's so sagen, weil du warst gerade hier mit deinem Ellenbogen. Bei der Seite. So. Ich bin Letzter. Okay, Ehrgeizmodus. Nehm ich mir die fünf wieder weg? Nee, nee. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hätte ich jetzt dann sein auf zehn gelassen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Wir machen das ab jetzt. Ähm, das ist einfach, weil ich das mangelhaft erklärt habe, ist das okay. So. Freunde. Ich bin, nee. Doch, nee. Doch, du fängst an. Ja, und ich bin dritter. Nee, ich bin dritter. Ich war aber grad zweiter. Ja. Ich war grad zweiter. Er war zweiter. Du warst dritter. Das war. Du bist zweiter jetzt. Oh, der ist stark. Da ist er mir vielleicht sicher. Mann, der ist voller Weg. Da wüsste ich gar nicht, welcher näher ist, aber blau ist näher. Blau ist näher. Das ist schon wieder so eine Maßbandgeschichte. Blau ist näher, sieht man eindeutig. Verpisst. Oh, danke, Paul. Und jetzt? Oh, das wäre fast der Zehner. Jetzt haut er den raus. Du. Stark, Paul. Stark. 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 Vielen Dank. Ah! Scheiße. Du kannst noch, äh, ah nee. Kann noch zehn kriegen. Nur in der Mitte landest. Oh, der war gut. Aber schön. Das ist eine Safe für fünf. Das ist eine Safe für fünf. Sehr gut gespielt. Oh, das ist viel spannender, als man denkt, ne? Aber... Ach nee, nur wer drin. Ja, okay. Das ist so viel spannender, als man denkt. Dann bin ich wieder Erster jetzt, ne? Guck mal, das ist ne... Hä? Was? Das ist ne A? Das ist einmal nicht... 2? Hä? Das ist ne A. Wir präsentieren kurz den Zwischenstand der Punkte, Freunde. Das ist einmal nicht so zu meiner 2. In der Kamera geht's. Ich glaube, in der 5 sieht man's vielleicht sogar besser. Ich weiß gar nicht. So. Alrighty. Dass Paul so Alpha ist, ist kaum ne Zwei zu schreien. Als Profi-Spieler musst du natürlich auch so... Ich hab vergessen, wer dran ist. Auch so Bechertricks drauf haben. Wer ist dran? Äh, ich fang an. Ich bin wieder Erster. Ich war Letzter. Ne, Moment. Ich bin wieder Erster. Ich war... Danach war ich Zweiter, war ich Dritter? Ja, 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 ja. Dritter, Zweiter, also jetzt bin ich wieder Erster. Äh, ja. Äh, ja. Wahrscheinlich. Kann schon sein. Oh! Berührt der noch? Ja, ja, ja. Ja! Krass. Stark, Oli. Kann er jetzt zwei reintreiben auch. Schwer, du haust den runter. Oh! Ne, ist ein Fail-Block. Oh! Ist das ne Runde? Nein, wir beschützen den. Ich weiß, was er vorhat. Ich weiß, was er vorhat. Ah, fuck. Aber er steht drin! Aber er steht drin! Es hat aber fast geklappt, was du vorhatest. Ich hatte echt Panik. Fast geklappt. Wieder. Wieder nur fast. Fuck it. Paul, Paul jeetet rein, du Penner! Er berührt. Ich muss ihn auch berühren jetzt. Ja! Wieso? Jetzt hat's jemand am nächsten dran. Ja! Scheiße! Das ist... Fünf Punkte für Flo. Bups! Falle rar, bitte! Paul! Du hast mich Punkte gekostet, Mann! Ja, ihr habt mich schon... Ihr kostet mich die ganze Zeit Punkte. Oh mein Gott. Freunde, das ist übrigens ein Spiel. Ihr seht's schon am Aufbau. Ich hab das vorhin auch schon gelesen. Einer sagte, Oli in seine Campingplatz spiele. Exakt! Ähm, das ist was, was man zu Hause ganz schnell aufbauen kann und mit Freunden spielen kann. Äh, da brauchst du nix. Außer Gläser und nen Tisch. Ich bin jetzt zweiter... Ich bin erster, ne? Dann... Das gute Burling. Oh! Na endlich mal! Alter, hat er den gut gemacht. Paul, Achtung, Kamera raus! Oh Gott, was für ne Kacke! Ich bin zweimal dran, ne? Ja. Ah, scheiße! Jeet! Scheiße! Ey, ich wollte Paul rauspumpsen! Ja, hab ich gesehen! Hat nicht geklappt! Jawoll! Alter! Ah, shit! Nee, Paul haut drüber! Eher... Let's fucking go! Jeet! Oh! Oh! Starkes Ding Paul! Da hab ich mal! Oh, seine Punkte! Scheiße, ne Lernkurve! Die hab ich nie kommen sehen! Warum hab ich denn sowas nicht? So, ich war jetzt erster. Bin zweiter. Ich fang an. Überredig. Ja! Ja! Oh! 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 It hurts! Ah, tut mir leid, aber er war... Du bist ja ein Wichser! Du bist ja ein Wichser, das hat mir doch so gut geklappt. Wenn es leider jetzt noch rumstehen würde, wäre ich richtig sauer. Ja, aber ich kann ja, ich habe ja jetzt ein Problem. Siehste? Völlig richtig. Tut mir leid. Aber ich muss das tun. Ja, ich muss das tun. Nee, ich muss schon abwerfen. Na ja, gut. Dann gibt sich ja auch trotzdem Mühe. Aber warum denn? Der liegt doch, lass doch lieber mir anstatt ihm. Nee. Er hat doch schon 30 Punkte. Du hast mich rausgehauen, meinen guten Wurf hast du kaputt gemacht. 30 Punkte hat er schon. Du musst auch ein bisschen nachdenken, Oliver. Nee, da war ich emotional schon beleidig. Da war ich emotional. Da war ich emotional. Das klang hart nach Glas. Die sind schon für Plastik nicht hochwertig. Ich weiß nicht, wann ich dran bin. Ich habe gar keinen Plan. Ich bin jetzt wieder Erster. Ah, okay. Exit. Nein. Oh, strong. Ah, ich wollte ihn wieder hinten platzieren. Hm. Schwach. Wie weit ist das schon vor? Geht nur um die Richtung. Oh, shit. Oh, viel kann sich aus der Hüfte. Darf es nochmal. Oh, viel zu sehr aus der Hüfte. Oh, stark. Alles klar. Ich stelle vor, unsere Band. Ja, wo kommt man da jetzt? Oh, der muss. Du hast 30 Punkte. Du musst weg. Olli. Tu was. Verkack jetzt. Nein. Ja. So nämlich. Ah, fuck. Habe ich zu viel gewollt. Bitter. Ganz bitter. Die Pointe. Hurbull. Da hat der Paul gleich gezogen mit mir, ne? Ah, ja. Du bist erst dran, ja. Ich bin zweiter. Ich fahre gerade Erster und Letzter. Ich bin wieder Dritter jetzt. Könnt ihr mit dem Ploppen aufhören, sagen die Leute. Ja, komm. Wir lassen die Becher jetzt. Oh, starker. Der ist gut. Der ist richtig. Wir müssen irgendwann erstmal zwischendrin den Kreis nochmal nachzeichnen, glaube ich. Na, den sieht man doch. Den siehst du ja noch. Können wir im Sinne der Leute einfach unsere Becher hier vorne an der Ecke stehen lassen? Ich glaube, wir machen echt viel Geräusche. Ah, ich wollte ihn auch berühren. Ja, du darfst nochmal. Stimmt, ich bin ja Zweiter. Du darfst. Ja. Was? How to not play. Geile, ist jetzt Paul wieder als Letzter dran? Bolzt einfach wieder alle runter? Na, mal gucken. Das ist taktisch an dem Spiel. Kannst du ihn ja absichern? Nee, hätte ich nicht. Wollte jetzt beide drin haben. Kein gehofft, dass Paul seinen mit runterhaut. Ne, ich hau deinen raus. Meiner bleibt stehen. Eben nicht. Ganz entspannte Nummer. Auf keinen Fall. Sehr gut, danke. Trotzdem fünf Punkte für ihn. Scheiße. Man, man, man. Tut mir leid für alle, die auf mich gewettet haben hier. Es läuft noch nicht gut. Läuft einfach noch nicht. Es kommt. Nee, 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 nee. Freunde, wir haben erst ein Drittel. Ich fang an, ne? Ja. Drittel der Zeit. Es ist noch alles offen. Fang ich an? Ja. Ah. Fuck it. Ich bin Letzter. Alles klar. Nee, warte mal. Ich fahr gerade. Nee, ich fahr gerade nicht Letzter. Nee, alles gut. Diese Reihenfolgennummer macht mich schon hoch. Uh, uh, uh. Millimeter. Berührt nicht, aber ist nah dran. Milli Milli. Ist kacke. Milli Vanilli im Seiner ist am Vanillibienen. Stell dir nicht alle hin. Bin ich dran? Ja, ich bin dran. In der Reihenfolge, wie wir das jetzt gemacht haben? Ja. Aber was? Ich weiß jetzt auch nicht. Ah, fuck, Alter. Oh. Safe da. Jetzt Paul nicht wieder wie so eine Sau einfach alle runtersenkt. Also, waaah. Hat er noch. René yeetet. Gute Idee, gute Idee. Der ist gut abgesichert auf jeden Fall da hinten. Oh, fuck. Na ja, gut. Wuh. Fünf Punkte. Holz. Ja, ja. Die verhalten sich seltsam. Ja. Wenn sie... Wenn sie was... Danke. Überforderung. Kann ich einen Joker machen? Kann ich so? Zwei auf einmal? Nee. Oh, nee. Wo bist du denn jetzt noch? Als dritter kannst du das? Nee, warte mal. Du kannst dich dazu entscheiden, auf deinen zweiten Wurf zu verzichten und den zu stapeln. Ja. Weil der Vorteil ist, er wird schwerer und schwerer wegzuballern. Ja. Aber du hast halt auch nur einen Versuch. Ja. Machen ab jetzt wahrscheinlich einfach alle. Spielen wir mal... Spielen wir mit Modus oder... Nee, oder? Dann spielen alle nur noch so. Lass uns das. Ansonsten macht uns nur noch so. Punktestand bitte, Paul. Es ist 10 für Oliver, 15 für mich und 35 für Flo. Es tut mir leid, Freunde, ich geb nochmal Gas jetzt. Ich bin erster wieder. Flo bin ich. Nee, du warst gerade letzter. Ja. Nee, ich war zweiter. Nee, ich war letzter. Ja. Das heißt, du bist zweiter. Dann haben wir davor was falsch gemacht. Dann haben wir davor was falsch gemacht. Ja, ja. Ich bin wieder erster. Du bist erster. Ich bin zweiter, du bist dritter. Ja. Ja, ja, absolut. Oh. Ja, schön. 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 Schön, schön, schön. Gefällt mir auch optisch sehr gut. Schöner, schöner. Aber gar nicht so viel näher. Ja, aber mehr. Oh, der hat sich vorbeigedrängelt. Aha. Du bist nochmal. Ach, scheiße. Aha. Kannst den absichern, ne? Ja, kann ich wegballern, kann ich den. Oh. Oh. Damit wieder aufgemacht, tatsächlich. Oh. Das ist natürlich jetzt Kunst. Jetzt Kunst. Pass auf, Freunde. Du musst drauf landen, weil der blau berührt den roten Punkt nicht, ne? Ja. Ich mach Kunst. Damit hat er jetzt den blauen gecancelt. Das heißt, die einzige Chance, die ich hab, ist deinen roten runterschieben oder meinen grünen ranschieben, um auch fünf Punkte zu kriegen. Mach das, weil wir sind... Weil du dann auch fünf Punkte kriegst. Erstens, aber guck doch nochmal. 35 hat der Junge. Denk ein bisschen nach. Fünf Punkte für... Wir schauen mal oben rauf. Es sind eindeutig fünf Punkte für Paul, fünf Punkte für... Es wird hier gemeinsam gegen mich konspiriert. Ja? Sagt der Fachmann. Nee. Es wird konspiriert. Gegen den Erstplatzierten. Nicht gegen dich persönlich. So ist es. Es ist einsam an der Spitze. Einen Arsch. So. So. Wie sieht's denn aus? Er war Erster, ich Zweiter, du Dritter. Er ist Letzter, ich bin Erster, du Zweiter. Genau. Warum wir das so machen, verstehe ich bis jetzt noch nicht, aber... Das war deine Regel. Schön gerade. Aber... Diamond King sagt völlig richtig. Kein Glas ist diesmal runtergeflogen. Wir werden vorsichtiger. Oh, fuck it. Oh, schön. Ich korrigiere, was ich gerade sagte. Nein, das war... Das war... Der Wurf war vorsichtig. Das ist der Try. Oh, schwierig. Könnte ich nicht... Oh doch, bisschen näher. Ach, schau. Oh, oh, oh. Ich, ne? Ei, 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 ei. Na, fuck. Aktuell grün noch vorne. Jetzt aber Flo die Chance, hier sich die Punkte noch zu holen. Okay, weil... Ist aber... Immer noch grün. Ist grün. Grün. Ja. Fünf Punkte für mich. Sweet. Schön, Oli. Auch auf die 20. Dann hat man die Unentschlossenheit in einem Buch drin. Rekke kann es mal liegen. Das hast du eben bei mir auch gemacht. Nein, ich lege immer alle Becher auf. Ist nicht wahr. Wir können hier reiviten. So, ich bin Zweiter. Ich bin Letzter. Icke. Nee. Icke. Ja. Burlingo lügen, ja. Uschön. Starker. Okay. Nicht so viel. Nicht so tief. Nicht so doll. Ich will ja auch nur ein Stück vom Kuchen. Ich will auch nur ein Stück vom Kuchen. Ich will auch nur ein Stück vom Kuchen. Nicht so doll, Oliver. Super. Jetzt habe ich dich geschützt auch noch. Ja. Ja, ist immer, mit dem Schützen ist immer so leicht gesagt. Jetzt kommt Paul wieder. Ja. Oh, bin ich damit näher? Nee. Oh, Paul ist da. Oh, so. Starker Spielzug von Paul. Ich bin dran vor dir. War ich Erster? Ja. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Paul runter, mich rauf. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich habe, oder? Was sagten die vier? Kann ich einmal die vier sehen? Jetzt hier mit Videobeweis. Ja, ja. Ich möchte gerne einmal die vier sehen. Liebe Regie. Ich glaube, die haben gerade. Dankeschön. Ich muss das immer von der Perspektive sehen. Nein. Das hilft mir nicht, denn blau ist aktuell näher. Ja. Als grün. Das heißt, ich kann es nur schaffen, dich runter zu hauen und den Kreis zu berühren. Okay, gut. Dann probiere ich das. Nee, das würde ich nicht machen, Oliver. Berühr ich ihn auf? Nein. Nein. Oh, ganz knapp. Oh, Flo kann uns jetzt einfach rauskicken. Ganz knapp. Stark. Sauber. Das war stark. Er macht es auch nicht wirklich spannend. Er haut einfach rauf. Fünf Stück. Sauber. Wie ein Berserker. Danke. Geht er da rauf? Fünf für Florian. Ich war Zweiter. Damit bin ich jetzt Erster, ne? Nee, ich war Dritter. Ich weiß das, weil ich habe diesen Doppelmove gemacht. Ich bin wieder Erster. Wie stehen denn die Punkte? 20, 20, 40. Flor hat so viel wie Paul und ich zusammen. Hier nochmal ganz kurz die Punkte. Es ist erst 27? Ja. Wir haben noch richtig Zeit. Oh Gott. Wer ist noch alles offen? Punkt der Zwischenstand. Erstmal einsichern. Der war ja nicht so stark. Melos. Sunbeer. Dankeschön. Florian. Der war nicht übel. Scheiße, warum fällt der denn da mit runter? Du bist nochmal. Fuck. Oh. Viel zu stark. Äh, war ich Erster? Ja. Du hast leider die Lucky Position. Das ist jetzt aber problematisch. Von meinem kann ich mich verabschieden. Verkackt. Triff deinen. Fuck it. Okay, das ist die Chance für mich jetzt draufzulanden, ne? Nee, du musst nur runterhauen. Draufladen schaffst du eh nicht. Ja, aber dann könnte ich immer noch mit runterfliegen. Ja, er kann nur smack-talken. Ja. So, ich verstehe. Also, draufladen wäre schon besser, Oliver. Stark. Okay, alles klar. Ja, alles auf. Fünf Punkte für mich. Aber bin ich Dritter. Un cent point pour Olivier. Ich fang an. Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. Du fängst an. Ja. Oh, ein Tick. Ein Tick zu doll. Leicht drüber. Du bist Zweiter. Oh, Leute. Machst du das so ein bisschen aus dem Handgelenk mit, ne? Gibt es ein Rundlimit? Ja. Zeitlimit. Eine Stunde. Können auch noch eine Dreiviertel machen. Noch eine Viertelstunde. Ja, ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde reicht. Das ist 45. Ja. Das würde ich auch als Anführer sagen. Ey, komm. Hätte ich 27 gewesen beim letzten Check. Da sind noch 40 Punkte drin bis dahin. Der ist ein bisschen verhungert. Der ist zwar verhungert, aber wenn die anderen beiden so weiterspielen, macht er es gar nicht. Ne, er muss beide machen. Achja, stimmt. Ich war ja Dritter. Sorry. Scheiße. Ist aber nicht so wirklich jut. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Kann ja jetzt im Prinzip nur mitspielen. Mitspielen. Du bist fair, du bist fair. Ja, aber Paul, jetzt macht es auch klar, der gönnt nicht. Paul geht da hiete drei, meinste? Ne, mal gucken, vielleicht kriegen wir auch alle Punkte. Ich versuche jetzt, dass wir alle drei Punkte bekommen. Und er macht das, er macht das, alle drei Punkte. Jo. Schau mal auf die vier, da sieht man es am besten von oben. Ja, da möchte ich ganz kurz auch Hände schütteln, das ist ein sehr fairer Spielzug gewesen, starke Macht von Paul hier, fünf Punkte für alle. Eine Runde, die man auch nennen könnte Augenwischerei. Sieger der Herzen, fühl ich. Ist in Ordnung gar nicht dir. Wer ist dran? Ich war erster gerade. Alter, dann bin ich erster. Ich war erster gerade. Ich war erster gerade, ich war erster gerade. Digga, stell mir in die noch ein Rätsel. Ja, aber auch nicht Schluss. Das ist mein Leben in einem Bild da gerade, Alter. Schön. Olli. Das wird hoch übrigens. Und? What? Oh, nee. Das ist so oder so deiner. Der steht richtig dumm für mich. Aber du könntest deinen jetzt mit raushauen. Oh, schade. Ich hab gedacht, du machst das auch noch. Oh Gott. Ich hab wirklich gedacht, der bleibt stehen. Ich hab's versucht. Nochmal fünf Punkte für Flo. Oh ja, dankeschön. Aber da ist irgendein anderer noch weg, ne? Der ist da. Der ist da. Ah ja, da. Wie meine immer aufrecht stehen am Grunde. Fünf Punkte für Flo. 50 damit jetzt. Wir gehen mal in die Gesamtpunkte-Sicht, Freunde. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Zeig mal. Die drei. Da seht ihr das. 30 Punkte Olli. 25. Paul. Flo. 50 Punkte. Hello. Ich war jetzt gerade Zweiter. Ich bin Erster. Freunde, für dieses ultra spannende Spiel solltet ihr auf jeden Fall mal ein paar Subs raushauen, denke ich. Bin ich ein ganz großer Fan von. Vielleicht motiviert das, äh, vielleicht motiviert das Paul und Olli. Ja. Mach mal ne Runde. Ich habe gerade festgestellt, dass ich gemerkt habe in der Ausholbewegung, dass ich zu schnell bin. Und habe deswegen vorne mit meinem Finger gebremst. War nicht so schlau. Wer ist dran? Ich hab zu viel gebremst. Ich ja theoretisch, ne? Ja, weiß ich nicht. Was warst du davor? Hat er den letzten gemacht? Ja, dann bist du Zweiter. Ist näher dran, ist näher dran. Weird hingestellt. Aber ist mir auch blöd vom Daumen gelitten, muss ich ehrlich sagen. Ah, immer noch blau am nächsten dran. Ich wollte gerade sagen, er hat alles dicht gemacht hier. Auch stark von Flo. Stark von Flo. Da muss ich jetzt an der Mauer vorbei, das ist jetzt hier Fußball, ne? Du musst die beiden wegrahmen, damit du da Punkte bekommst. Ne, dann bekommt Paul Punkte. Ne, doch. Ah, schade, ich wollte mit drauf, aber hat nicht geklappt. Fünf Punkte für Flo. Ey, Galloway, dankeschön. Und Hello Raiders, who raided? Die Minardi hat geradet. Dankeschön. Hallo, herzlich willkommen. Freunde, ein wunderschöner, guten Tag. Wir spielen gerade Burling, ein selbst ausgedachtes Spiel von uns. Ähm, Becher Curling. Naja. Schon. Hat noch nie jemand gemacht. In der Variante mit dem Punkt da hinten, das runterfällt und so, schon. Auf jeden Fall. Und Burling funktioniert ganz simpel. Patent angemeldet. Burling Calling. Also schaut einfach mal zu, dann werdet ihr sehen, wie es funktioniert. Ich war gerade Erster, also bin ich jetzt Dritter. Dann bin ich... Erster. Immer eins weniger. Dann bist du Erster. Ich bin jetzt Erster. Ja. Immer eins runterzählen. Wenn ihr auf eins seid, geht ihr auf drei. Oh, das macht voll das Sau. Das geht? Ja. Das sagst du jetzt. Ja. Deswegen weiß ich die ganze Zeit, wo ich bin. Ich bin jetzt die Drei. Du bist die Zwei. Du kannst nicht die Drei sein. Ich war da vor die Eins. War gerade der Letzte. Das kann ja nicht stimmen, weil ich bin immer vor Flo. Dann bist du jetzt die Zwei. Du bist vor mir. Dann komm ich. Das macht alles keinen Sinn mehr. Doch, es ist die ganze Zeit so. Du, ich, Flo. Ja. Ja. An sich. Also irgendwie. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist das so? Ja. Ich weiß es nicht. Du hast angefangen. Ich war Mittel. Du warst Letzter. Mathematiker des nächsten Jahrhunderts werden sich noch mit dieser Geschichte hier beschäftigen. Aktuell blau drauf. Grün. Oh. Damit bin ich am nächsten. Dankeschön, Paul. Und Paul setzt sich rauf. Gibt's doch nicht. So sollte der Erste auch schon sein. Sichert sich die Punkte ab. Flo, der als Erster geworden ist. Das heißt, da gibt's nur noch eine Möglichkeit im Grunde. Und die sieht so aus. Das ist ja witzig, wie rachsüchtig Oli ist. Ja. Naja, jetzt aktuell bin ich vorne. Es sei denn Flo macht mich runter oder berührt den Roten. Oh, Leute. Und das ist mein Punkt. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie er hier so verreckt ist? Auch so. Punkte für Moor. Denn selbst wenn er Becher umfällt, zählt er noch. Und er ist am nächsten an den Punkt dran. Deswegen fünf Punkte für mich. Ganz mies, ey. Das war so ein richtiger Stolperer. Alter. Leute. Ich entschuldige mich bei meinen Fans. Same. Entschuldige dich bei denen, die Sportwetter auf dich gemacht haben. Underperformance. Ja, typico auch. Sorry. Drei Spieler, 6000 Verwirrte. Finde ich auch. Finde ich auch. Guter Kommentar. Dritter. Dann bin ich jetzt Zweiter. Nee, ich war Dritter. Ich bin Zweiter. Ich muss Dritter jetzt sein. Ich war gerade Erster. Dann bin ich jetzt Dritter. Ich habe lange nicht mehr zwei hintereinander geworfen. Ich bin jetzt Dritter. Wenn ich runterzählen muss, wie Oli gesagt hat, war ich gerade Erster. Aber das hat der Paul gerade erwiesen, dass das nicht stimmt. Mit dem Runterzählen. Ich bin jetzt Dritter. Das habe ich auf jeden Fall eine Weile nicht gemacht. Ist egal. Ich mache den Ersten. Sehe ich auch so. Uh, gleich einen starken Wurf. Sagt man Wurf? Sagen wir Wurf? Wir müssen ja an unserem Sport. Starker Schub hier von Paul. Nah am Grün. Ich bin Zweiter, ne? Nee, ich war gerade Zweiter. Ich bin Dritter. Ich bin Letzter. Du bist Zweiter. Du hättest jetzt Erster sein müssen eigentlich. Du hättest Erster sein müssen. Schub! Sollen wir was machen? Ja, machen wir. Wiederholung. Das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Wir starten so wie vorhin. Ich bin Erster. Richtigkeit. Wollen wir ab jetzt einfach machen wir Zehn hoch? Ich bin Eins, dann Zwei, dann Drei, dann Eins, dann Zwei, dann Drei. Ist viel einfacher ab jetzt. Was bin ich denn jetzt? Zwei. Ne, Drei. Damit die Reihenfolge bleibt. Okay. Ah, rübergefallen. Paul, auch drüber. Das gibt's noch nicht. Flo da mit hier. Alle Möglichkeiten. Wirft jetzt als Dritter und damit zweimal hintereinander. Ist nah am roten Punkt. Damit fünf Punkte erstmal sicher. Und berührt der? Können wir auf der Vier gucken, ob der die berührt? Ja, er berührt den roten Punkt. Und damit fünf Punkte. Ja, aber er ist halt jetzt Freiwild. Ne, ich bin Paul, ich bin strategisch. Deswegen hau ich beide weg. Bringt mir gar nichts mehr. Ich bin hier Letzter. Ich bin... Ich kann nur noch so'n... Wirf drauf. Wirf drauf. Ich erlaube dir draufzuwerfen. Auf einen anderen Becher. Wenn ich dein Becher... Auf deinen Becher bin, krieg ich auch die fünf Punkte? Dann übernimmst du meine Punkte. Das sind ganz neue Meter, ne? Mach dir nichts draus, Paul. Passier dem besten. Die Rolle... Die Regel darf bleiben. Ich habe jetzt nur noch... Nein! Ah! Damit... Denn Jieten hat zu viel... Zu viel Kraft, Oli. Du musst mehr zielen auch, Oli. Zu viel Wut. Frostschutz, danke für die Zählerwurme. Zu viel Jiet. Ah, Frostschutz, danke schön. Okay. Oli, da war zu viel... Ja, ich habe zu stark gestoßen. Ich bin jetzt eins. Ja, ich bin jetzt die zwei, wenn ich hochzähle. Ich bin jetzt drei... Ja, das ist richtig. Nein, das kann nicht sein, du warst drei. Ich bin jetzt eins. Ja, das ist eins, ja genau. Richtig. Du warst vorher die drei, dann bist du jetzt die eins. Ja, bleib sitzen. Alles gut. Hä? Das stimmt doch nicht. Das ist ein eins, wenn wir uns hochzählen jetzt. Ich war jetzt gerade die eins, also bin ich die zwei. Du warst gerade die? Zwei. Also bist du jetzt die drei. Du warst die? Okay. Drei. Also bist du jetzt die eins. Okay, okay. Ganz easy. Ja, okay. Aber nach der drei kommt doch die vier. Dann spielst du nicht mehr mit. Ja, das können wir machen. Erhebt doch mal auf den Kreis stehen, du Becher. Damit Blau noch näher. Paul dran, zwei Würfe hintereinander. Jede Runde Regeländerung. Nein, wir haben keine Regeländerung. Überhaupt nicht. Jede Runde neue Rätseln mathematisch in wer dran ist. Paul Stark hier berührt den roten Kreis und damit fünf Punkte sicher. Macht hinten dicht. Nur zu. Safet sich. Und damit keine Möglichkeit für mich irgendwie ranzukommen. Na doch, du kannst von hier kommen. Komm von hier. Nee, kann ich ja gar nicht. Hast du Wanted gesehen? Ja, genau. Als ob. War vorhin meine Frage mit dem Drehen. Ich lieg drauf. Ich lieg drauf und hab damit auch fünf Punkte. Aber Paul liegt zweimal. Ich nicht mehr. Paul liegt zweimal drauf, ne? Ich liege nicht mehr drauf. Wie sieht's denn in der vier aus? Zeig mal von oben. Oben sehen wir's am besten. Okay, warte mal. Das ist... Ja. Ich bin nur einmal dran. Ja, wir müssen mal gleich genauer gucken. Nein! Damit ein Punkt für mich. Fuck! Fuck! Dankeschön! Ahhhh! Knapp das war. Ja, das war ich knapp in Ordnung. Danke, Drever. Dankeschön für die Zehnerbombe. Fünf Punkte für Moi! Ich hab gehofft, meiner bleibt einfach drauf. Es war wirklich nur hoffen. Also Leute, was lernen wir daraus? Lasst alle Hoffnungen fahren. Wow! Was lernen wir? Es gibt keine Hoffnung! Ich bin jetzt Nummer drei. Jetzt Nummer zwei. Ich war... Ja. Ich bin die Eins. Ich glaube, wir sind der Herrsache auf der Stur. Spannender... Spannender Stoß gewesen auf jeden Fall. Da sieht man, wie spannend Burning ist. Und Paul legt hier einen vor wie sonst jemand. Was ist denn da los? Flo, du bist... Meine Damen und Herren, das... Problem beim Burning ist, das bleibt nicht lange so. Der war gut. Das war ein guter Stoß hier von Flo. Der war wirklich... Für alle, die sich wundern, warum ich jetzt zweimal anteinander mache. Jeder von uns hat zwei Becher. Der, der als erstes wirft, durft als letztes. Vorteil und Nachteil. Und damit ist der dritte zweimal anteinander dran. Dann... Ui. Dran... Crazy gut. Nicht dran. Und jetzt wurde nur grün fünf Punkte bekommen, weil ich auf dem Kreis bin. Du bist ein Hund. So. Chill mal. Und jetzt zeige ich euch, wie ein Sport man es macht. Aber ja auch nicht. So, räumst du mal dran vorbei. Und jetzt gucken wir nochmal von oben. Weil jetzt ist hier so eine... Ja, ne, ist blau. Das ist eine relativ klare Entscheidung. Ihr seht das von hier vielleicht nicht. Blau, wir sehen das in unserer Perspektive näher dran als grün. Dementsprechend einen mal fünf Punkte für blau. Für Flo, der hier weiter seine Führung ausbaut, oder? Genau. Können wir mal den Zwischenpunktestand sehen? Vier Minuten sind es noch. Ja, das ist schon eine relativ eindeutige Kiste. Glaube ich auch, meine Damen und Herren. Erst mal ein bisschen beeilen hier. Ich... Na, jetzt bin ich die drei. Ich bin der drei. Schreibt mal in den Chat, wer von euch das zu Hause nachspielen wird. Ich bin wieder der Erste. Ich bin die drei. Eignet sich, glaube ich, auch gut als Saufspiel. Immer wenn einer runterfällt, musst du trinken bringen. Diejenigen, deren Becher unten liegen. Aber nur die, die unten liegen, müssen einen kurzen heben. Dann macht das Rauskicken noch viel mehr Spaß. Oder hier, so ein Becher. Wie nennt man das Stogramm? 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 Oder so ähnlich? Senfglas voll Wodka bei den Russen, ne? Oh! Sorry, Digga. Der war so smooth. Starkes Ding. Das ist ein Silvester-Party-Game. Auf jeden Fall. Wir sind ja im richtigen Monat dafür. Auch gut. Flo noch mal fünf Punkte mitgesichert. Der ist drauf. Und jetzt holt er den Pinken runter. Fuck it. Verkackt. Sorry, dass das so direkt... Deiner stand mir im Weg. I'm sorry. Gott! Paul! Wow! Sichert sich hier nochmal den Platz auf dem Roten. Damit für mich jetzt hier mit dem zweiten Becher die Gelegenheit, ihn runterzuschmeißen. Weißt du, was das ist? Das ist ja Mut der Verzweiflung. Ne. Und... Oh! Bitter! Oh mein Gott! Und so wird's gemacht, Freunde! Das ist Mut der Verzweiflung. Geiler Hurensohn! Wow, das waren fast sogar zehn Punkte. Erstmal deine Mutter gedisst. Ne, das kann ich nicht machen. Nicht bei Ollis Mama. Wo ist mein Becher? Da! Unterm Baum. Fünf Punkte für Moor. Hat die jemand aufgeschrieben? Nein! Ist das schon öfters vorgekommen? Unterm Baum. Okay, Freunde. Wollen wir alles oder nichts runtermachen? Okay. Die entscheidet jetzt. Cool. Ich werfe... Paul, lockerflockig aus dem Arm. Bin ich die... Ich bin der zweite dann, weil ich gerade angefangen habe und letzter war. Hä? Ne, du warst gerade letzter. Ja, weil ich angefangen habe. Also war ich auf der Eins. Also bin ich jetzt auf der Zwei. Wo warst du gerade? Paul, wie viel da hast du geworfen, bitte? Weiß es nicht. Also musst du anfangen. Nein, ich bin auf der Zwei. Ich habe davor die Runde angefangen. Hä, aber ich werfe jetzt schon wieder zweimal hintereinander? Ne, dann wärst du Erster. Du musst anfangen. Ich werfe zweimal hintereinander. So sieht es aus. Ja. So sieht es aus. Genau, deswegen bist du jetzt die Eins. Mach einfach. Das würde viel besser funktionieren, wenn alle aufpassen. Mach einfach. Oh, stark! Stark! Fast eine Zehn. Der Zehn ist übrigens, wenn der Becher komplett im Roten stehen bleibt. Oh. He did not. Pass auf, ich versuche jetzt, im Sinne der Kolonialität, dein Becher ins Nirvana zu ficken. Spiel einfach. Ja, okay, gut. Verstehe ich. Verstehe ich. Oh, diese bodenlose Klonk. Vorne schon, Alter. Der war richtig los. Ich habe 25. Um Oli noch zu holen, brauche ich also 20 Punkte. Let's go. Das bedeutet. Wenn die in der Mitte liegen. Die bleiben jetzt in der Mitte liegen. Okay. Was? Paul verabschiedet sich frühzeitig aus dem Spiel. Ja, ich musste ja zweimal E werfen. Nein! Na gut, damit ist klar. 5 Punkte für Flo. 5 Punkte für Flo. Hau nicht raus! Es sei denn, er haut seinen eigenen raus. Du wolltest noch mal einen Punkt mehr machen, ne? Er wollte die 10 machen. Wollte die 10 machen, aber dazu hätte ich hier irgendwo treffen müssen. Und es ist genau 45, meine Damen und Herren. Damit. Damit. Herzlichen Glückwunsch. Endpunktestand bei Flo. Wir gucken mal auf die Tafel. 70 Punkte. 70 Punkte für Flo. Ich bedanke mich in erster Linie bei meinen Fans, die immer treu waren und an mich geglaubt haben. Auch in der Zeit, wo ich... Oh Gott, jetzt hätte ich fast... Ja. Gott, ne. Danke. Herr Paul, woran hat es dir liegen? Vielen Dank. Ihr verleiht mir Flügel, Freunde. Draußen auf dem Feld. Ich habe immer an euch gedacht bei jedem Punkt. Und... BOOM! Die Wahrheit ist, also für alle, die sich fragen, woran hat es gelegen? Es war Olli. Weil ich wollte strategisch gegen den Erstplatzierten spielen und Olli hat mich einfach rausgehauen. Rausgebungs, ja. Ich bin schuld. So, wir tragen den Tisch wieder raus, Freunde. Ich dachte, wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Alles klar. Vielen Dank. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Burling.